Was? Säge ohne Entfernenkampfwaffe? Oha! Du hast keine Waffe? Was geht mit dir denn mal? Was hast du von Wert? Sechs? Das ist schlecht. So, das reimen wir mal ein und dann, wenn er soweit ist, hat er es wieder. Ja, denn jetzt hat er nichts zu tun. Bei der Kunst können wir nichts mehr machen, oder? Da können wir noch ein paar Skulpturen machen. Können wir welche aus Jade machen. Wir haben das E-Plus rumliegen. Oh, ein Pumas unterwegs. Das ist nicht schön. Nee, du nicht. Wo willst du hin? Du Schwein. Los kommt's. Ich habe eine Aufgabe. So. Jetzt habe ich einfach mein Kalb getötet. Habe ich den jetzt eingeladen? Äh. Schlafsäcke habe ich ja anpasst. Ich dachte schon, was ist mit Neil? Das ruht sich mit anderen aus. Okay. Was ist damit? Können wir mal jemanden bauen? Auf geht's zum Stahl. Wo sind sie denn? Hä? Ist nicht weg? Tatsächlich. Was? Nein. Aus Jade, nicht aus Uran. So weit kommt's noch. Selbst wenn, ja. Da. Jade. Könnt's natürlich auch aus Uran machen. Die löschen dann wenigstens im Dunkeln. Ist doch auch schön. Der hat die Wirbelsäule gebrochen mit der Faust. Oh Mann. Ach nö. Jetzt kommt doch so ein scheiß Schiff, wo gerade meine Leute unterwegs sind. Das ist jetzt aber schon ungünstig. Ach so. Ja dann. Das ist jetzt natürlich ungünstig. Ich habe jetzt keine Fernkämpfer weiter. Die hat noch keine Waffe sehe ich gerade. Hm. Haben wir noch eine Nahkampfwaffe? Wurde das zu teilen, ne? Aha. Da habe ich kein Stahl-Dingens mehr. Das ist doof. Wo kann man denn noch... Ah hier. zwei Langschwerder oder drei. Ach so. Ich habe keinen Stahl mehr. Moment. Ich habe doch Blas Stahl. Mach's doch da draus. Aus Holzbaus stimmt nicht. Oh er hat drei Blas Stahl. So. Julian läuft da hoch. Komm schnell zurück. Dann nehmen wir was zum Einschmelzen hier. Ah jetzt macht er was aus Jade. Schau wie sie sind ein bisschen wertvoller als andere Zeug. Holz. Nee. Lass mal. Wird Blas Stahl genommen. Ja. Ich habe genug. Ich brauche es eigentlich auch nicht mehr groß. Alles. Schönes Blas Stahl-Langschwert. Ah. Sehr schön. So. Da schläft ich. Das Vieh. Kann der schießen? Ja. Der hat Energielanse. Wo ist er mir angekommen? Hallo? Da oben. Wir gehen mal hier in Deckung. Äh. So. Ah. Der steht um die Ecke. Ja genau. Jetzt blitzt das natürlich. Das ist aber eine blöde Stelle. Hey, hey, hey. Kann man hier so hingehen? Das ist eine gute Stelle. So passt das. So. Kann einer schon mal drauf schießen? Genau. Muss hier bloß noch erledigen. Ich hoffe, da kommt nicht mehr irgendwo raus. Na. Komm. Driff. Boah. Wir müssen da jetzt die Viecher mitten reinkommen. Das ist jetzt ein bisschen unpraktisch. Ich habe mich getroffen. Nee. Hallo? Äh. Äh. Ja. Folgen die Chester? Nee. Schade. Aber das hat noch was. Oh Mann. Muss ich näher rangehen? Jetzt. Ey, das ist ein Säckel. Vielleicht schießt du. Ah. Da müssen wir ja näher ran. Ach, jetzt ist er tot. Der hat ein Muffalo erwischt, die Sau. Holzhacken. Einen Berg kann man abwerfen. Das überlassen wir. Die Schlafsack. So, jetzt sind meine ganzen Schlafsäcke. Da. 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 andere da bauen wir hier mal eine tür rein zu wenig holz so ja einmal bluetooth hast du was schönes für uns ja gute nacht elektronik so was haben wir den schönes ich habe lang schwer als holz gemacht der hat ja gar nichts kannst du mir was verkaufen außer Pimikan gar nichts aber was soll der scheiß müsst ihr euch prügeln wer kann nie heilen wer war denn das was für das selber ja dann halte ich doch mal selber doch nicht wie du stirbst das ist so behandle ich mal nicht dass du da weg stirbst kann man dich mal zerlegen geht das weiß ich gar nicht hier ist am arbeitsplatz muss man halt mitnehmen vielleicht mal gucken komisches fisch da oh nein das ist ungünstig wir haben keinen gescheiten arzt da dabei du nicht mach du das mal retten behandeln ich hoffe das geht gut sind zumindest ein bisschen behandeln besser als gar nichts kujuda ist schon wieder verwirrt zu ende mal die bären die nicht was ist denn hier los wieso bist du verletzt ein verrücktes muffalo ja ist okay soviel dazu sehr gut das muffalo auch versorgt das kann ausrüsten der wieder seine waffe habt also mit dir her stirbst auch irgendwann nö schade Chester will ich nicht hinlegen oder ich hoffe mal dass ich da keiner irgendwie ouchen macht denn das ist nicht schön so wie viel haben wir denn 480 schon jetzt sind wir denn hier fehlt noch ein bisschen was ok da ist noch gar nichts gemacht kommt die jetzt nicht mehr ran vielleicht ja wohl sollten sie eigentlich schon das fleisch haben wir eigentlich auch noch genug ja so passt das schon ja schon wieder laufrausch brummversteck ach so ja stimmt da war ja noch was da war ja noch was und wie weit sind denn die da noch ein bisschen noch einer bergbau eigentlich nicht auch da müssen wir den mal neu installieren würde ich sagen was braucht man dafür ne stahl eigentlich bloß ne wie geht es denn Chester eigentlich muss noch ein bisschen ne und dann brauchen ja noch ein bisschen noch bei den geht es aber gar nicht gut wegen des scheiß rum da ne müsste ich langsam mal erledigen des Viehs. Hmm. Was war das? Das hat gequiekt. So, wie kann ich da eh nicht mitnehmen, oder? Wie geht's denn dir so? Ist eigentlich alles okay. Ja, nee. Nee, dann. Karawane reformieren. Das passt schon. So, das nehmen wir alles wieder mit. Die Bären brauchen wir nicht. Kräuter Medizin auch nicht unbedingt. Das Silber nehmen wir mit. Die Schlafsäcke nehmen wir mit. Das wiegt in der Lenser, 70 Kilo. Fast das ganze Stahl nehmen. Das ist gut. Nehren noch den Lenser mit. Und das Rest ist Stahl. So. Leg mal los. So. Leg mal los. Und da. vow noch. Untertitelung des ZDF, 2020